Obwohl die Dunklen eben weitermachen und weiter versuchen, ihre Agenda durchzuziehen, die natürlich alles andere als lichtvoll ist, die also uns reinziehen wollen in ihre transhumanistische Matrix, wie auch immer man das bezeichnen will. Und wir beseelten Menschen quasi aufpassen müssen, dass wir nicht diese Zukunft selber manifestieren. Ich glaube, dass es vielen ähnlich geht und sie vielleicht dann das erkennen können und dann sagen können, Mensch, ja, dieser bewusste Weg in sich selber ist vielleicht ein besserer Weg, als jetzt das Glück, irgendwo außen zu suchen, bei irgendeinem Guru oder irgendwas. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Jo Konrad. Hallo Jo, herzlich willkommen. Frau Matthias, es freut mich, dass wir mal wieder eine Sendung machen. Das stimmt, freut mich auch sehr. Wir sind ja immer regelmäßig in Kontakt, wenn auch mit größeren Abständen. Ich sehe ja auch viel, was du so sonst machst und natürlich tauschen wir uns nicht jeden Tag aus, aber wir machen ja im Grunde eine ähnliche Arbeit. Du hast natürlich ein bisschen anders gelagert als ich, aber ich freue mich auch immer über die Gespräche, die du so führst. Ja, schön, das freut mich auch. Ja, wie geht es dir denn im Moment so in Deutschland? Also ich kann mir persönlich im Moment gar nicht vorstellen, wieder in Deutschland zu sein, aber du bist ja schon richtig lange und fest verwurzelt da. Ja, es ist natürlich immer so eine Frage. So viele sagen auch, Mensch, auswandern, in Deutschland wird es immer schlimmer. Es geht noch, aber es ist nicht wirklich schön. Das muss ich schon sagen. Es fühlt sich nicht so an, als wenn du jetzt hier einfach so ein angenehmes Leben führen kannst. Du wirst im Grunde von allen Seiten behämmert. Du wirst als Demos gegen rechts und du weißt im Grunde, ja, die meinen mich, obwohl ich nicht rechts bin. Aber du merkst, dass das System versucht, all diejenigen, die jetzt nicht systemkonform sind, irgendwie zu drangsalieren und das auch noch irgendwie in Gesetzesform zu packen. Aber trotzdem denke ich, ja, ich bin hier hingesetzt worden, würde ich gar nicht sagen. Ich habe ja, ich sehe es ja so im Rahmen der Inkarnation, dass man sich schon aussucht, wo man hingeht und wo man vielleicht eine Aufgabe hat. Und natürlich kann man sagen, ich kann das auch von woanders machen. Aber für mich ist es immer noch so, ich denke, ich liebe das Land und ich sehe auch Veränderungen. Und auch wenn es im Moment eben sich nicht gut anfühlt, arbeite ich eben dafür, dass es in Deutschland auch eben eine positive Veränderung gibt. Siehst du denn auch positive Veränderungen so in der Gesellschaft? Ja, was heißt es Gesellschaft? Also in meinem Umfeld schon. Das hat natürlich immer mit den Leuten zu tun, die man kennt und die man kennenlernt. Die einen fallen weg, andere kommen dazu. Ich habe schon den Eindruck, es gibt sehr viele Menschen, die durchaus dessen bewusst sind, was hier läuft. Aber das ist eine Minderheit. Das ist aber wahrscheinlich überall so. Ich sehe, ja, was sehe ich? Ich glaube, dass es wirklich auf der, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Erde oder für die Menschheit, wirklich eine lichtvolle Entwicklung oder eine lichtvolle Zukunft geht, obwohl die Dunklen eben weitermachen und weiter versuchen, ihre Agenda durchzuziehen, die natürlich alles andere als lichtvoll ist, die also uns reinziehen wollen in ihre transhumanistische Matrix, wie auch immer man das bezeichnen will. Und wir beseelten Menschen quasi aufpassen müssen, dass wir nicht diese Zukunft selber manifestieren. Weil ich sehe es so, wir haben Schöpferkraft. Wir sind, ja, da muss man auch aufpassen, weil einige Zuschauer dann denken, ja, was bildet der sich ein? Es ist eben nicht so die Allmacht, dass, wenn ich jetzt will, dass so und so ist, dann wird das so, sondern, aber wir haben im Grunde mit unseren, wie auch immer, wir können Dinge manifestieren und wenn Millionen Menschen irgendwas manifestieren, dann hat das schon einen Impact. Und im Moment wird versucht, irgendwie Krieg zu manifestieren mit Russland und oder was auch immer an verschiedenen Orten wird gezündelt und Angst zu machen natürlich. Und die Menschen eben immer wieder, ja, in Angst zu halten, in Schuldgefühlen und auf eine Seite zu ziehen, dass wir uns gegenseitig sozusagen bekämpfen und sich dessen immer wieder bewusst zu werden, was hier läuft. Ich kenne Leute, die wunderbar sind, die das durchschauen. Ich kenne auch Menschen, die sind einfach auch normale Menschen, die nicht alles durchschauen. Das sind aber liebe Menschen. Also ich bin eigentlich ein Befürworter der Menschen, aber ich weiß auch, dass es eben sehr viele Menschen gibt, die unmenschlich sind und unmenschliche Dinge tun und möglicherweise nicht in dem Sinne menschlich sind, wie ich und du wirst das wahrscheinlich definieren. Deswegen ist es für mich immer auch wieder ein bewusstes Anliegen, sich bewusst zu machen, wofür steht menschlich sein. Einige sagen halt, ja, die Menschen machen Kriege und hauen sich dauernd die Köpfe ein. Die Menschen sind einfach böse oder kriegerisch oder dumm oder was auch immer, aber das ist für mich Manipulation. Das, was ich als Mensch verstehe, ist eben die Fähigkeit, über das Herz sich mit der Quelle zu verbinden, wie immer man das nennen will, und zumindest da einen Zugang zu haben, Empathie zu haben, Liebe zu spüren. Das ist das, was für mich den Menschen ausmacht und unterscheidet von einem Roboter oder einem KI-gesteuerten Bio-Roboter, wie auch immer, was es alles gibt, oder einem Klon, geklonten Wesen oder einem Hybrid-Wesen, wo vielleicht diese Zugänge nicht da sind. Aber ich denke, ich möchte die Menschen anregen, immer wieder sich bewusst damit zu verbinden, weil wir ja dauernd in Unbewusstheit in die niedrigeren Schwingungen gezogen werden, mit allem, was uns den ganzen Tag um die Ohren gehauen wird, ob wir jetzt Fernsehen gucken oder nicht oder Zeitung lesen oder auch, was die Leute sagen, es ist alles in einer niedrigen Schwingung und deswegen ist immer wieder wichtig, bewusst in eine Höhe, also sich klarzumachen, dass das nicht die Schöpfung ist, das, was hier läuft im Äußeren und dass wir jetzt nicht die Lösung finden, indem wir, was weiß ich, die eine Partei wählen, die jetzt das besser macht oder eine eigene Partei gründen oder auf die Straße gehen oder dies oder jenes machen. Also da bin ich der Ansicht, dass wir uns immer wieder klarmachen müssen, wie Dinge finden eigentlich auf der geistigen Ebene statt, aber man versucht uns eben auf der materiellen Ebene zu halten, mit allem, was uns jeden Tag begegnet. Und bei dir ist es ja so, dass du dich auch viel mit den politischen Themen beschäftigst und auch viel Aufklärungsarbeit machst und wie gelingt es dir, weil du hast ja, du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit diesen Themen auch wirklich in der Tiefe, also du hast ja dir wirklich alles angeguckt, was man sich so angucken kann und hast ja auch, du bist ja nicht jemand, der sagt, okay, da gucke ich jetzt nicht hin oder das ist mir jetzt zu düster oder, ne? Du hast dir wirklich alles angeguckt. Wie gelingt es dir trotzdem, auch wenn du dich mit sehr schlimmen oder negativen Dingen beschäftigst, wie gelingt es dir trotzdem, dich nicht runterziehen zu lassen oder trotzdem immer wieder dich an dieses göttliche oder an das wahre Menschsein zu erinnern? Ja, das ist eben eine bewusste Arbeit. Also man vergisst es leicht, das geht mir auch so, dass ich wirklich auch manchmal runtergezogen bin und denke, was soll das hier alles und ich fühle mich wirklich nicht gut, weil ich auch manchmal diese Gedankenkarussells im Kopf sich drehen, aber je öfter man sich da selber auch zurückpfeift oder einfach sich selber beobachtet und sagt, hoppla, ich mache mir schon wieder die ganze Zeit Sorgen um irgendwas, das gelingt mir immer besser, dass ich dann sage, so, ich mache mir jetzt nochmal bewusst, was ich eigentlich bin und ich bin nicht hier dieser Körper, was du jetzt siehst, sondern wir beide sind wahrscheinlich sehr viel größere Wesenheiten, was wir jetzt in der Kamera nicht zeigen können, aber inkarniert in diesem Körper, damit wir auf dieser Ebene eben auch wirken können, aber wahrscheinlich viel mehr, als wir sind. Und das ist jetzt keine Einbildung oder so, sondern ich glaube, dass man versucht, uns die ganze Zeit eben so zu halten, so klein, wie dieser Körper das jetzt vorgibt und mit all den Zipperleien, die man auch kriegt, je älter man wird und wir werden ja vergiftet auf allen Ebenen mit der Ernährung, außer Luft und irgendwas auch immer. Es ist eine bewusste Arbeit, immer wieder sich auszurichten und manchmal ist das schwer, also das ist eine gute Frage, wie mache ich das? Ich nehme mir viel Zeit für mich selber, also wenn man dann noch, es gibt viele Leute, da läuft den ganzen Tag der Fernseher oder das Radio oder irgendwas, die kommen im Grunde gar nicht zu sich, ob die jetzt auf der Arbeit sind oder zu Hause dann abends irgendwas läuft und die Familie und es gibt viele Menschen, die kommen gar nicht dazu, sich selber überhaupt zu spüren oder zu merken, was bin ich eigentlich und sich selber zu beobachten. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt davon, dass ich auch mir die Zeit dafür nehme, dass ich wirklich alles ausmache und ob ich mich hinsetze oder lege oder wie die Position des Körpers ist, ist es eigentlich egal, aber dass ich mir viel Zeit nehme, auch immer wieder reinzuspüren, okay, was geht mir jetzt da durch den Kopf und wenn ich Angst habe, zum Beispiel, das kenne ich, ich kenne Ängste sehr gut und die können sehr intensiv sein, und deswegen weiß ich auch, wie man darüber manipuliert werden kann und wie prägnant das sein kann, dass du wirklich Existenzängste hast, wo du schweißgebadet aufwachst morgens und denkst, oh je, oh je, oh je und dann verzweifelst am Leben und nicht weißt, wie sollst du das schaffen. Und da nützt es auch dann nichts, sich das schönzureden. Es gibt viele Menschen, wo man fragt, wie geht es dir, dann sagen die, oh gut, und die dann vielleicht erzählen, dass alle die positiven Dinge und manchmal die Dinge schöner darstellen, als sie sind und innerlich tatsächlich eigentlich, es denen nicht gut geht. Und es fängt also damit an, dass ich ehrlich zu mir selber bin, ob zu anderen, das ist der nächste Effekt, aber wenn ich dir jetzt hier irgendwas vorerzähle und sage, boah, das wäre super und du musst dich verhören, ich habe so und so viele Klicks und so, dann würden wir überhaupt nicht weiterkommen. Du würdest vielleicht dir das anhören, aber vielleicht würdest du auch sagen, naja, der Joe, dem geht es nur so um Äußerlichkeiten. Aber ich muss im Grunde die Hosen runterlassen und sagen, pass auf, es geht mir nicht immer gut und ich beobachte mich da aber, ich nehme mir dann Zeit und richte mich immer wieder ganz klar aus auf das Positive, also auch über das Herz, auch da ist es nicht einfach, weil wir haben so viele Panzerungen auch um das Herz angelegt und das passiert von klein auf in der frühesten Kindheit werden die ersten Traumatisierungen, wo das Kind vielleicht mit Liebe hier ankommt und es gibt dann, was weiß ich, einen Klaps auf den Po oder Spritzen, wie viel werden gemacht bei Kindern heute schon unfassbar und was auch alles und was die Eltern vielleicht schimpfen oder Missbrauch, was alles das findet, wo sich dann wirklich das Herz auch dann panzert, um sich zu schützen. Und dann lebt man vielleicht nachher ein ganzes Leben und wenn dann jemand sagt, ich gehe ins Herz, dann sagt er, ich spüre da nichts, weil das so gepanzert ist. Deswegen ist es auch bei mir, also es ist nicht so, dass ich jetzt vollkommen offenes Herz habe und vollkommen in der Liebe aufgehe, sondern ich muss mir das auch immer wieder erarbeiten und ich muss mir Dinge angucken, die vielleicht in der Kindheit passiert sind und einfach um zu sagen, ja, ich habe mich vielleicht da irgendwo entschieden, auch mal mich da klein zu machen und um mich zu schützen, um das Herz zu schützen, das Herz zu panzern, aber jetzt kann ich es vielleicht stückweise auch mal wieder aufmachen oder auch auf und zu oder die Chakren auf und zu machen bewusst, wenn ich irgendwo hingehe. Oder, ich glaube, Energie folgt der Aufmerksamkeit, wenn ich eben die Aufmerksamkeit habe, nur auf diese negativen Dinge, die ja tatsächlich stattfinden, die sind ja real, die mir Angst machen und ich fokussiere mich nur darauf, dann manifestiere ich ja im Grunde das, wovor ich Angst habe. Also sich das klar zu machen und dann immer wieder zu sagen, okay, es geht mir im Moment nicht gut, warum, wovor habe ich Angst, was wäre denn jetzt das Schlimmste, was passieren könnte und dann wieder auszurichten auf und vielleicht wirklich zu sagen, ich gehe ins Herz, Hand aufs Herz und mache bestimmte Übungen, um mich zu erden, um mich zu verbinden mit der Quelle. Und es geht eigentlich tatsächlich darüber, ja, dass ich es sage, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich sage, ich erde mich und ich binde mich an der Quelle an, also oben und unten angebunden sozusagen, dann findet das schon statt, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht so wahrnehme, dass ich sage, Mensch, ich fühle mich jetzt auch. Manchmal gibt es dann Eindrücke, dass man sich wirklich auch groß fühlt und einen anderen Blickpunkt hat, aber natürlich ist das Körperliche immer wieder sehr viel näher und dann zipft es irgendwo. Also diese Ausrichtung ist eigentlich etwas, was eine tägliche oder sogar stündliche Arbeit ist. Und es ist nicht einfach, aber ich würde wirklich sagen, das ist ja das, was ich machen kann. Das, was ich an diesen Dingen, die in der Welt geschehen, kann ich ja sonst nicht viel machen. Natürlich, die Leute sagen, geh auf die Straße oder mach dies, mach eine Partei. All diese Lösungen im Äußeren. Kann sein, es gibt auch Dinge, die man im Äußeren macht. Natürlich, es ist nicht so, dass ich jetzt gar nichts mache und alles nur innerlich, aber viel mehr mache ich heute innerlich. Also auch, wenn es Dinge in meinem Leben gibt, wo ich denke, was läuft hier, dann gucke ich mir das jetzt aus einer höheren Ebene an. Was bedeutet das? Ist das jetzt, will der liebe Gott mich ärgern? Das glaube ich eben nicht. Aber vielleicht, dass ich irgendwie etwas, eine Erfahrung machen soll. Vielleicht wachse ich mit diesen, auch diesen nicht so schönen Situationen und werde stärker, wenn ich eben nicht ja, mich davon runterkriegen lasse, sondern immer wieder bewusst sage, so, egal was jetzt am Außen passiert, was die versuchen mit mir und es gibt wirklich Angriffe auf allen Ebenen. Das ist auf der physischen Ebene, das sind aber auch elektromagnetische Angriffe oder schwarzmagische Angriffe. Also wir werden angegriffen auf allen Ebenen. Das muss uns einfach klar sein. Gerade je lichtvoller jemand ist, desto mehr wird er beschossen. Und man kann aber eben dadurch auch wachsen, indem man dem Stand hält und sagt, ich habe eine ganz klare Ausrichtung für mich und wenn jemand anderes was anderes von mir will, dann muss er mir das erstmal, dann soll er mir begegnen und dann muss ich für mich einstehen auf die eine oder ich stehe für mich ein. Je nachdem, es gibt Situationen, wo es sinnvoll ist, wegzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht in diese Konfrontation, weil da habe ich keine Chance oder ich muss sehen, wie ich mich da wieder aufstelle. Aber es gibt auch Situationen, wo man ganz klar sagen muss, pass mal auf, stopp, ich will was ganz anderes, als was du jetzt von mir willst. Ja, das ist für mich auch ganz elementar, also dieses immer wieder täglich nach innen zu gehen und ich merke halt auch ganz deutlich, wenn jetzt mal bestimmte Gedanken in eine negative Richtung gehen und ich mich wieder verbinde, dann bekomme ich wieder den nötigen Abstand und auch verbinde mich wieder mit dem, was wirklich ist. Also unsere göttliche Essenz, die ist ja unbeeinflussbar und unzerstörbar und die ist natürlich teilweise überlagert mit Programmierung, aber wenn wir uns damit verbinden, dann kommen wir halt auch in so ein Bewusstsein vorn, das ist alles genau richtig, wie es ist und alles ist so, wie es sein sollte. Und also das ist immer so dieses, für mich, diese Nicht-Identifikation mit den Tramen der äußeren oder der materiellen Welt und das gibt mir auch immer wieder einfach diesen Frieden, den finde ich wirklich auch in mir und das ist ein Riesengeschenk, wenn man diese Verbindung pflegt und diese Verbindung hat. Ja, genau, so sehe ich das auch und das, wie du sagst, die äußeren Dramen, die sind ja, man kann so sagen, wie viele Menschen sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, mein Nachbar ist blöd oder mein Chef oder mein Partner oder die, die machen wir das Leben zur Hölle, das kann alles sein, nur gibt es ja einen Grund vielleicht und immer noch ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich kann die anderen nicht ändern. Die können sein, wie sie wollen und auch ganz andere Entscheidungen treffen und wir haben es gesehen, wie viele Menschen haben sich impfen lassen und die dürfen das. Also ich bin nicht jemand, der jetzt anderen Leuten sagt, wie sie es machen sollen. Ich kann nur für mich entscheiden, indem ich mir aber auch bewusst mache, dass ich jetzt nicht das mache, was alle anderen machen. Weil das ist das, was in dieser Welt ja geschieht, dass wir massenpsychologisch im Grunde in eine neue Weltordnung geführt werden, ganz raffinierte psychologische Programme, die uns dazu bringen sollen, dass wir sozusagen selber zustimmen und das manifestieren, diese neue Weltordnung, indem sie uns die Filme zeigen, die Bilder zeigen oder sagen, das kommt jetzt, wir müssen einen Krieg mit Russland haben oder was auch immer. Wir müssen jetzt Taurus, Marschflugkörper an die Ukraine liefern, obwohl das für mich ist, ist das ein Angriffsbemühungen. Aber wie auch immer, wir müssen aufpassen, dass wir nicht deren Matrix manifestieren, sondern unsere eigene. Jeder hat im Grunde sein eigenes Umfeld und wechselwirkt damit auf eine geistige Weise. Und ich mache dann lieber, dass ich positive Impulse in mein Umfeld gebe, als jetzt eben das zu manifestieren, was ich jeden Tag vielleicht in den Nachrichten sehe oder was da geplant ist. Und ich kenne die Pläne oder nicht alles, aber natürlich befasse ich mich damit, wie du gesagt hast, was hier alles gewollt ist. Aber ich sage da nicht, oh Gott, oh Gott. Und es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, wenn das geplant ist, dann wird das auch so kommen. Ich sehe das inzwischen vollkommen anders. Ganz viele Dinge, die die geplant haben, laufen überhaupt nicht mehr. Und das ist gut. Das zeigt für mich wirklich eine große Veränderung, dass ganz viele Menschen eben das auch nicht mehr mitmachen. Und das finde ich wirklich, das kann man beobachten. Und dass keine Kriegsbegeisterung da ist. Also vielleicht kann man sich das vorstellen, wie das war, keine Ahnung, vor dem Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg, wo wirklich die jungen Männer mit Begeisterung in den Krieg gezogen sind oder mit Überzeugung, wie der böse Feind, das wurde ihm immer dann vorgesprochen, die Propaganda natürlich, die andere Seite sind die Bösen. Und man setzt sich dann für sein Land ein und ist überzeugt davon und geht stolz zur Armee und kämpft für sein Land. Ich glaube, dass diese Kriegsbegeisterung heute nicht mehr so ist. Also stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist ja so ein alter Spruch. Und ich glaube, der ist auch gar nicht vollständig zitiert. Aber tatsächlich ist das so etwas, was ich denke, was passiert, dass einige Kräfte wollen wirklich den Dritten Weltkrieg. Die wollen möglichst viele Menschen zerstören. Die ernähren sich von dem Schmerz, dem Leid, Lusch-Energie. Und wir sind denen egal oder im Gegenteil, sie wollen uns loswerden, wie auch immer. Die gibt es. Und sie wollen uns eben dazu bringen, dass wir das manifestieren, diesen großen Krieg. Aber ganz viele Menschen sind kriegsmüde und tragen das nicht mit, mit Begeisterung, sondern sagen, ach, warum sollen wir jetzt gegen die Russen kämpfen und für die Ukraine? Die Politik ist ja so dauernd, wir müssen die Ukraine unterstützen und wenn die untergeht, dann sind wir alle dran und die Freiheit geht verloren. Das ist alles Propaganda, Lügen und so weiter, die aber nicht mehr funktionieren, also meines Erachtens. Am Anfang war das, als das anfing, das war ja so, wir hatten erst die Corona-Krise und auf einmal über Nacht war sozusagen Ukraine. Jetzt, die Russen haben die Ukraine angegriffen und ganz böse und man darf dann keine russischen Musik mehr hören oder die Russen russisch Brot essen oder was es alles gibt. Alles auf einmal und ganz viele Menschen sind dann gleich sofort in diese Empörung mit reingegangen. Putin ist an allem schuld. Aber das hat sich ein bisschen abgenutzt. Also ich glaube, das ist nicht mehr so, dass die Menschen jetzt sagen, wir müssen die Ukraine unbedingt unterstützen und notfalls auch in den Krieg ziehen. Ich glaube, ich sehe das nicht, dass da die Begeisterung dafür da ist und dass es sich manifestieren lässt, wenn so viele Menschen es nicht mehr manifestieren. Ich weiß es nicht, aber es kann noch kleine Sachen oder auch eskalieren, aber ich glaube nicht, dass es zu dem ganz großen Dritten Weltkrieg kommen wird. Ja, was ja nicht schwer verständlich ist. Ich meine, es gibt ja jetzt in den Massenmedien und bei führenden Politikern, also die betreiben ja eine regelrechte Kriegspropaganda und sind richtig, also tun eigentlich alles dafür, um diesen Dritten Weltkrieg zu inszenieren. Aber was ich halt nicht ganz verstehe ist, es würde sie ja selber, also wenn sie ihr Ziel erreichen würden, dann würde ihr Leben ja genauso sehr negativ betroffen sein oder wie siehst du das? Es ist immer die Frage, wer steckt dann dahinter? Es gibt ja immer Leute, die sagen ja, Chemtrails, die müssen ja auch dieselbe Luft einatmen. Ich gehe davon aus, dass hinter allen und wir haben eine Pyramide von Strukturen, von allen Ebenen, mit denen wir im Außen zu tun haben, ob das jetzt Politik ist, Militär ist, Gesundheitswesen, Medien, Kirchen, das ist eine Pyramide davon. Und je höher man kommt, desto weiter weg sind im Grunde diejenigen, die das alles für uns planen, weil die vielleicht gar nicht hier sitzen, sondern es kann sein, außerirdisch, oder sie haben ihre Inseln oder unterirdische Anlagen, dass sie sagen, das ist, wir können uns ja für Millionen oder Milliarden unterirdische Zufluchtsorte bauen und die gibt es ja, das ist ja auch eigentlich bekannt. Also, aber jetzt zu definieren, wer sind denn die, ich denke, je weiter man geht, desto weiter kommt man auch von der Erde weg und es gibt außerirdische Kräfte und wie auch immer. Ich kann das nicht beweisen, aber ich denke, je höher man da an die Spitze der Pyramide kommt, ist es eigentlich, ja, ja, auch der Geist, satanisch, luziferisch, wie auch immer, der Geist, der verneint, der die Schöpfung eben nicht achtet und auch nicht mit der Quelle verbunden ist, sondern sich vielleicht selber davon getrennt hat und deswegen sozusagen die eigene Schöpfung, die eigene Matrix erzeugen will und uns alle da reinziehen will, um dann zu sagen, etch, betch, der liebe Gott, die Schöpfung war doof, wir machen es jetzt alles besser. Das ist ja diese transhumanistische Zukunft, wo auch der Mensch dann noch verbessert wird, weil der ja unvollkommen ist und dann Schöpfung rein kriegt und KI, Intelligenz und Roboterkraft und was auch immer. Das ist ja diese Hybris, dass der liebe Gott sozusagen hier einen unvollkommenen Menschen geschaffen hat, aber ich sehe es, dass diese Kräfte, ich weiß nicht wirklich, diese jetzt zu benennen, ich sage nur, wir haben da eben eine Struktur, eine Pyramidenstruktur, wo unten, können wir vielleicht noch gucken, da sind Politiker und so weiter, die wir jetzt sehen und da sind vielleicht Freimaurer und keine Ahnung und der Vatikan und die Finanzen, Hochfinanz und Militär, Polizei, Justiz, Medien und die werden alle von oben irgendwie kontrolliert oder es gibt Kräfte, die versuchen, das zu kontrollieren und wahrscheinlich ist das über Jahrtausende sehr gut gelungen, dass sie eben alles so strukturiert haben, dass einige wenige, die gar nicht hier sind, uns Dinge vorsetzen, die wir dann erschaffen und ausbauen, die uns gar nicht gut tun, aber für deren Pläne gut sind und wenn ich mir das klar mache, dann habe ich diese Frage gar nicht mehr, ob die ja auch betroffen sind davon. Die Politiker natürlich auch, eigentlich sollten sich alle, die da im System jetzt noch arbeiten oder für, ja, auch nicht so gute Dinge tun, die sollten sich fragen, ob sie nicht selber auch betroffen sind und ob sie diese Zukunft tatsächlich wollen und ob sie noch loyal, weil ich glaube, da gibt es inzwischen auch wirklich Veränderungen, weil in diesen Kreisen auch nicht mehr alles funktioniert, da fließen die Gelder teilweise nicht mehr und Versprechungen werden nicht eingehalten, wie viel hat man denen versprochen und sie verlockt und sagt, pass mal auf, wenn du das und das mitmachst, dann wirst du vielleicht der nächste Präsident oder du kriegst ganz viel Geld oder beides und wie viel davon haben die vielleicht auch gemerkt, wird gar nicht mehr eingehalten, die Gelder fließen nicht mehr und ich bin nicht Präsident geworden und wie auch immer und dass da auch im System möglicherweise im Moment sehr viel Veränderung stattfindet, weil ganz viele jetzt sagen, Mensch, mache ich da jetzt noch mit, weil dauernd wird irgendwas versprochen, aber es läuft ja irgendwie doch irgendwie ganz anders, aber wenn man sich schon mal entschieden hat, im Grunde seine Seele verkauft hat, um für Geld und Macht oder was auch immer für diese Versprechungen, dann ist es natürlich ganz schwer, da wieder rauszukommen, aber letztlich denke ich immer, jeder kann sich jederzeit wieder besinnen und über die Verbindung mit dem Herzen auch wieder an die Quelle wenden und wird jederzeit natürlich gerne aufgenommen, also jeder kann sich auch wieder besser entscheiden. Entschuldigung, ich bin sehr weit ausgehört. Ne, das passt. Siehst du das zum Beispiel aktuell bei Scholz so, dass der irgendwie einen Lichtblick hatte, indem er mal, also diese Agenda mal unterbrochen hat? Das ist die Frage, ob das, er ist ja Freimaurer, ganz offensichtlich, dass da auch Stimmen sind. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Stimmen. Da gibt es eben diejenigen, die wollen wirklich den großen Krieg, aber es gibt auch andere, die sagen, wozu brauchen wir das noch? Und als Scholz zumindest gesagt hat, wir können nicht die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern, weil wir damit im Grunde zur Kriegspartei werden, damit hat er ja recht. Wir sind schon eigentlich längst über den Punkt hinaus, dass die Russen so lange stillhalten und wohlwollend im Grunde das beobachten. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Aber dass Scholz, ob der jetzt deswegen wirklich da mal einen klaren, positiven Impuls gesetzt hat oder ob ihm das vorgegeben wurde, weiß ich nicht. Es kann ja sein, dass da auch in der Loge unterschiedliche Stimmungen sind. Und ich glaube, dass eben nicht alle jetzt den gleichen Plan verfolgen. Wir haben es ja auch schon gesehen, egal ob man jetzt für Trump oder Putin oder Biden oder wen auch immer ist, ich bin keiner, keinem von denen jetzt irgendwie besonders zugeneigt, aber man sieht schon unterschiedliche Politik, die sie machen und die so extrem unterschiedlich ist, dass man alles versucht, dass Trump nicht wieder an die Macht, an die Präsident wird, weil er eine ganz andere Politik macht in Bezug auf Migrationspolitik, auf Klimapolitik und was weiß ich nicht alles. Das heißt nicht, dass er jetzt der Gute ist, aber er ist vielleicht eine andere Seite auch innerhalb dieser Machtstrukturen, dass es da unterschiedliche Richtungen auch gibt. Und die einen sagen, die einen sagen, wir müssen wirklich die meisten Menschen vernichten und egal wie, den großen Krieg, große Katastrophen. Die anderen sagen, es geht doch auch, wenn die weiterleben und wenn wir einfach auch vielleicht ein bisschen bessere Zukunft für die haben. So kann ich mir das vorstellen. Ich weiß es nicht. Also ich lasse mich auf keine dieser Seiten ziehen, auch nicht auf die Seite von Putin, aber ich sehe natürlich, dass es da unterschiedliche Bestrebungen gibt und die einen sind wirklich kriegsgeil und die anderen sind eher besonnen und ich bin dann eher auf der Seite derjenigen, die sich dann besonnen ausdrücken und Putin drückt sich meines Erachtens, wenn man die Reden mal hört, sehr viel besser aus, auch auf einer menschlichen Ebene, finde ich, wie unsere ganzen westlichen Politiker, der sehr viel tiefer auch über die Dinge nachdenkt, scheinbar. Vielleicht ist es auch alles nur vorgespielt. Vielleicht wird da auch irgendwie gespielt von irgendjemandem. Also ich muss mich da nicht auf eine Seite schlagen. Ich kann nur für mich sagen, alles, was ich machen kann, ist ja nur, dass ich bei mir bleibe und mich nicht da auf eine Seite ziehen lassen und in einen Krieg hineinziehen lasse, sondern bei mir bleibe und mein Umfeld mit Liebe und Licht fülle und nicht mit Krieg und so weiter. Und vielleicht wirkt das alleine schon auf dieser Ebene. Also was man auf jeden Fall sagen muss, wenn man sich mal eben unzensiert mit Putin beschäftigt ist, dass er ja, obwohl ja von deutscher Seite aus ja eine extreme Propaganda seit Jahren gegen ihn läuft, er trotzdem sich noch nicht mal negativ oder abfällig äußert. Also er geht überhaupt nicht auf diese Propaganda-Ebene, sondern spricht noch sehr positiv von Deutschland und den Deutschen. Und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert, weil das würdest du beim westlichen Politiker in führender Position einfach nicht finden. Sehe ich genauso. Das heißt aber auch nicht, dass Putin nicht auch ein Machtmensch ist und dahinter vielleicht auch irgendeine Kraft, die ihn steuert, wie auch immer. Aber ich sehe es wie du, dass sich da sehr große Unterschiede zeigen. Bei den Politikern, bei den Schauspielern im Grunde sind ja welche, die spielen uns ein Theater vor, aber es gibt große Unterschiede, wie jemand präsent ist. Und bei unseren Politikern habe ich wirklich manchmal das Gefühl, was sind das für Klappsparten oder wie auch immer. Ich will auch keinen beleidigen, aber es ist fast ja peinlich, was dann für eine Diplomatie betrieben wird von unserer Außenministerin oder wie auch immer. Wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon... Der Lavrov, der russische Gegenpart, der ist natürlich immer auch sehr wohlwollend. Der ist eigentlich, der schmunzelt wahrscheinlich manchmal da, was sie sagt und nimmt sie auch nicht richtig ernst. Da können wir froh sein. Also es gibt da schon Unterschiede in der Darstellung und der Qualität der Darsteller auch. Aber letztlich denke ich, dass wir dahinter eben auch immer sehen müssen, dahinter stehen andere Kräfte. Aber ich glaube es so, dass die versuchen, eben diese oder jene Pläne durchzukriegen und dass alles nicht mehr so funktioniert und dass deswegen das alles sichtbar wird in seiner Abstrusität. Und das ist die gute Seite davon, dass die Menschen es jetzt sehen können und immer mehr Menschen tatsächlich aufwachen. Und wenn sie nur aufwachen über zu merken, die Politiker, die wir da jetzt haben, die sind ja dümmer als mein Nachbar. Oder wie auch immer. Ja. Es wäre besser, wenn mein Nachbar irgendwie Bundeskanzler wäre oder Außenminister. Fast jeder könnte es besser machen und jeder kann es sehen. Und das ist natürlich auf der politischen Ebene, aber jeder, der da irgendwo anfängt zu sehen, das, was früher so selbstverständlich war, ja, ich wähle dann wieder, dann wähle ich eben jetzt, was weiß ich, eine andere Partei, die machen das dann besser. Aber irgendwann müsste man es doch merken, dass das auf der Ebene eben alles manipuliert ist und was sie an Wahlversprechungen machen, dass sie sich doch nie dran halten. Und warum sollte das bei der nächsten Wahl jetzt besser sein? Ich denke, mehr und mehr Menschen, es gibt ja diese Politikverdrossenheit, wie man es nennt, und dass auch ganz viele Menschen den Medien nicht mehr trauen und den Politikern nicht mehr trauen und auch Scholz und Habeck und wie sie ausgebucht werden, wenn die irgendwo hinkommen. Und das ist ja weltweit. Ob das jetzt Trudeau ist in Kanada oder Macron oder egal wo, wir haben überall auf der Welt wirklich ganz viele Menschen, die sagen, die Politik, die hier läuft, die ist doch vollkommen gaga. Die ist ja nicht für uns da, sondern für irgendeine Agenda, die gar nicht uns dient und auch diese Klimagründe. Ich denke, immer mehr Menschen merken das auch, je länger sich das hinzieht, dass das ja irgendwie auch mit dieser ganzen Angstmache vom Klimawandel, dass das ja dann dazu führt, dass wir alle Elektroautos fahren. Da merken ja jetzt viele auch schon im Alltag, die vielleicht ein Elektroauto gekauft haben, Mensch, ist eigentlich blöd, wenn ich jetzt irgendwie im Winter die Batterie nicht so lange hält und dann stehe ich noch im Stau und zack, stehe ich da und komme nicht weiter. Und dann kommt jemand mit einem Dieselgenerator, um mein Elektroauto wieder aufzuladen. Da merken ganz viele Leute, und die ganzen Windräder und Solardinger, dass das eben nicht wirklich eine Energieform ist, die wirklich eine Alternative ist, die wirklich auch praktikabel ist. In Deutschland sind, glaube ich, die Verkäufe von Elektroautos gar nicht so doll, wie die es gerne hätten. Oder das mit den Wärmepumpen, das ist ja einfach Gott sei Dank vom Tisch, weil so viele Menschen gesagt haben, seid ihr völlig gaga, wir können doch nicht jedes Haus eine Wärmepumpen, das geht doch gar nicht. Wir brauchen Strom und sind laut. Wie soll das gehen? Zum Glück vom Tisch. Das heißt, auch vieles, was geplant ist, lässt sich nicht mehr durchsetzen. Ich weiß es nicht, aber das ist so meine Wahrnehmung am Moment. Du hast vorhin noch das Thema KI angesprochen und Mensch, Maschine und das ist ja auch sehr interessant, also der Materialismus, also wenn man den Menschen halt von dem Bewusstsein abbringen will, dass er ein göttliches Wesen ist, dann holt man sich den Materialismus, wo praktisch alles, was nicht messbar, sichtbar ist, wissenschaftlich nachweisbar ist, einfach nicht existiert. Das ist ja auch eine, aus meiner Sicht, eine Methode, um die Menschen eben von dieser göttlichen Quelle eben wegzubringen. Wie schätzt du denn in dem Zusammenhang Musk ein? Weil der hat ja auf der einen Seite ja das Meinungsbild in Amerika extrem geändert, dadurch, dass er eben X oder Twitter gekapert hat. Auf der anderen Seite steht er ja auch für Elektroautos, er steht auch für künstliche Intelligenz. Hast du da eine Meinung dazu oder wie schätzt du das ein? Das ist eine sehr gespaltene Figur. Ja, ja, aber das ist immer das Problem. Ich kann nicht über andere reden, die ich nicht kenne, aber ich kann natürlich davon ausgehen, dass niemand so jetzt auf einmal so mächtig wird, der jetzt nicht von irgendwelchen Leuten auch gefördert wird. Also diese ganzen Geschichten, dass irgendwie Bill Gates oder wer auch immer Steve Jobs in der Garage den ersten Computer zusammengeschraubt haben und nachher eine riesen weltweite Firma daraus gekommen ist, dass die Geschichten stimmen alle hinten und vorne nicht. Die werden gefördert, die bekommen dann Technologien und die bekommen dann die Förderung, dass sie eben das aufbauen können. Die werden kontrolliert und das wird bei Musk nicht viel anders sein. Aber ich weiß es nicht wirklich. Ich werde nochmal ein bisschen zurückgehen, weil du sagtest, man ist, die Menschen sind anfällig dafür, auch diese KI dann zu wollen. Und meines Erachtens sind das Menschen, die unsicher sind, die suchen halt etwas, was sie besser macht vielleicht. Und ich kenne das, als ich jünger war, ich war durchaus auch fasziniert von diesen ganzen Zukunftstechnologien, Science-Fiction sowieso. Aber eben, ich weiß, dass ich früher auch viel unsicherer mit mir selber war und deswegen alle möglichen Konzepte, die mich aus der Unsicherheit irgendwie scheinbar rausholen, durch irgendwelche äußeren, keine Ahnung, Techniken oder auch Aufmerksamkeit oder alles was, wenn mir jemand unsicher ist, sucht er eben etwas im Außen, was eben vielleicht eine andere Bedeutung gibt oder Aufmerksamkeit gibt. Und ich denke, da müssen wir selber aufpassen, dass wir eben auch aus der Unsicherheit herauskommen. Und wenn ich inzwischen eben sicher bin, dass ich als geistiges Wesen und als menschliches Wesen hier eine individuelle Entfaltung bin, eines göttlichen Planes, wie auch immer, dann brauche ich jetzt keinen Chip unter der Haut. Aber wenn ich unsicher bin und denke, naja, wer bin ich denn? Und kann man ja vielleicht noch optimieren und auch Angst habe vorm Tod. Es sind ja viele, die dann sagen, ja, dann wird das Bewusstsein von mir nachher auf dem Chip irgendwie gebrannt und dann kann ich das in einen anderen Körper pflanzen. Also das sind Menschen oder Wesen, die so abgeschnitten sind von der Quelle, dass sie eben auch Angst haben, dass sie aufhören zu existieren, wenn sie sterben und deswegen alle möglichen Technologien suchen, um ihr Bewusstsein dann vielleicht zu retten und vielleicht in einem Klonkörper nachher oder was auch immer weiterzuleben. Das zeigt meines Erachtens, wie weit man von sich entfernt ist und ich weiß aber auch, wie leicht das in dieser Welt von klein auf geschieht, dass man eben so von sich entfernt wird, dass man selber nicht mehr weiß, ob man Männlein oder Weiblein ist oder was alles heute mit den Kindern gemacht wird, dass es schwierig ist, dass die sich überhaupt selber kennen und selber finden. Aber es ist ein Prozess und ich möchte das einfach nur anregen. Ich kann ja niemanden zwingen, diesen Prozess zu gehen, aber darüber zu reden und dann vielleicht der eine oder andere denkt, ich bin ja auch unsicher und bin vielleicht anfällig dafür und ich suche dann vielleicht auch, dass ich vielleicht irgendwo eine Uniform oder irgendeinen Titel oder mit irgendwas mich besser fühle, weil ich diese Unsicherheit habe oder ich komme ins Fernsehen, in irgendeine Castingshow oder in irgendeine, keine Ahnung, dass man sich da besser fühlt, weil man eben mit sich selber nicht sicher ist und deswegen denkt, naja, wenn ich im Fernsehen bin, dann sehen mich ja ganz viele Leute. Das sind oftmals Menschen, die von den eigenen Eltern nicht die Anerkennung bekommen haben und das sind viele, die suchen dann eben die Anerkennung irgendwo aus und ich kenne das selber, weil ich eigentlich auch einen cholerischen Vater, ich will gar nicht über meine Kindheit reden, aber auch diese Unsicherheit, dass man dann eben die Anerkennung irgendwo sucht, über irgendwas, dass ich auch irgendwo gerne in einem Film ein Held gewesen wäre, weil ich eben so unsicher war, dass ich dachte, Mensch, ich bin doch auch irgendwie nicht schlecht, seht mich doch mal an und dann gerne eben so was Äußeres, irgend so einen Filmhelden, ja gerne dargestellt hatte oder nur eine Komparsenrolle in einem Krimi. Wie viele sind da, die irgendwo im Hintergrund vielleicht mal zwei Sekunden zu sehen sind und den ganzen Tag dafür warten und ich kenne das selber auch, weil einfach man dann froh ist, dass man vielleicht mal für zwei Sekunden gesehen wird, aber das zeigt ja nur, wie unsicher man ist und wie viele Menschen sind so unsicher in ihrem eigenen Wesen, dass sie anfällig sind für diese ganzen äußeren Dinge, ob sie dann eine Polizeiuniform kriegen oder eine Militäruniform oder einen Doktortitel oder ins Fernsehen kommen oder Star werden oder Influencer werden oder was auch immer. Ja, ich möchte eben, dass man sich das bewusst macht, dass die Lösung nicht in diesen äußeren Dingen liegt, sondern ich kann mich nur erfüllen, indem ich erstmal wirklich gucke, was bin ich, wer bin ich und alles, was ich suche, ist eigentlich in mir, also in dieser Verbindung. Ich kann zum Vatikan gehen oder in die Kirche oder sonst wohin oder nach Indien irgendeinen Guru suchen. Wie viele Menschen suchen denn irgendwo auf der Welt irgendwo einen heiligen Ort oder wo sie gottnäher sind, aber sie können nie gottnäher sein, als über ihr eigenes Herz sich damit zu verbinden. Aber es ist eben, wir sind da alle so getrennt von und es ist eine Arbeit, eine bewusste Arbeit, wo ich anregen möchte, jeder selber sollte gucken, okay, was vielleicht, einfach wenn ich das erzähle über die Kindheit, die Unsicherheit und das Suchen im Äußeren, vielleicht macht das bei dem einen oder anderen was, dass er sagt, Mensch, ja, das kenne ich auch. Ich bin auch, ich kann das nachvollziehen und tatsächlich ist ja vielleicht das ganz sinnvoll, wenn ich mal mir Zeit nehme für mich selber, um zu gucken, was bin ich überhaupt? Wie viel habe ich übernommen von meinen Eltern in der Schule, von irgendwelchen Filmstars oder Fernsehstars? Ich wollte immer irgendwie Captain Kirk oder Mr. Spock oder James Bond oder irgend so was. Ich kenne das alles, weil ich eben auch total unsicher war und die Anerkennung einfach für mich selber gar nicht von den eigenen Eltern bekommen habe, sodass ich die sonst wo gesucht habe und es über 60 Jahre gedauert hat, dass ich da jetzt hinkomme, dass ich sage, ich brauche jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie einen Helden darstellen in einem Film, sondern ich will in meinem Leben derjenige sein, der ich bin, der für sich steht. Ob das jetzt ein Held ist oder der eine Uniform hat oder ganz viele Streifen hier oder keine Ahnung, das ist alles nicht mehr wichtig für mich. Und wie viele Klicks ich jetzt habe mit dieser Sendung, das ist auch nicht mehr wichtig, aber für wie viele ist das eben doch bedeutend, weil sie eben diese Unsicherheit haben. Also meine Anregung, ich hoffe, wenn ich darüber rede, ist es ja nicht der Wunsch, mich selber jetzt darzustellen, und mich selber wichtig zu machen, sondern dass ich glaube, dass es vielen ähnlich geht und sie vielleicht dann das erkennen können und dann sagen können, Mensch, ja, dieser bewusste Weg in sich selber ist vielleicht ein besserer Weg, als jetzt das Glück irgendwo außen zu suchen, bei irgendeinem Guru oder irgendwas. Ja, also da kann ich dir aus tiefstem Herzen zustimmen. Das ist wirklich ein sehr schöner Weg, den du auch sehr, sehr anschaulich und finde ich sehr gut nachvollziehbar gezeigt hast oder mitgeteilt hast, weil, also ich sehe das genauso wie du, dieses, wir sind uns selbst ja am nächsten und wir, das Einzige, was wir wirklich ändern können, ist ja unser eigenes Leben und die Verbindung zu uns selbst. Also da haben wir ja alle Möglichkeiten. Genau. Deswegen ist das, also das ist die Basis, ne, also eine gute Verbindung zu uns selbst, zu unserem Herzen, zum Göttlichen, das ist die Basis für alles andere und deswegen ist diese Beziehung zu uns selbst auch die wichtigste Beziehung. Das, ja, hast du wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch Anregungen von anderen bekommen, die, ja, auch sich schon vorher damit beschäftigt haben. Ich bin, es ist ja auch nicht neu und ich sage jetzt nicht, das ist jetzt die Drew-Konrad-Methode oder irgendwas, sondern, ne, ich kann nur das für mich erkennen und mir bewusst machen und dann auch immer wieder auf die Anfragszage zurück, wie geht es dir, dann zu sagen, okay, wenn ich ehrlich bin, es geht mir jetzt nicht so super gut, aber ich weiß auch, dass es ein Prozess ist, in dem wir als Menschheit vielleicht gerade stecken, ein Prozess, wo wir die Gelegenheit haben, die einmalige Gelegenheit, uns von diesen Kräften zu lösen oder die zu überwinden, die parasitär, die die Menschheit vielleicht schon über, Jahrtausende oder Jahrzehntausende ausgebeutet haben und manipuliert haben und wir haben jetzt wirklich die Gelegenheit und das geht aber nur über jeden Einzelnen und es findet bei ganz vielen Menschen statt, wie viele Leute treffe ich, die jetzt sagen, sie haben erst vor zwei Jahren oder drei Jahren oder mit Covid irgendwie angefangen, die Dinge zu hinterfragen und wenn man sich mit denen unterhält, hat man schon den Eindruck, Mensch, die haben ja schon eine ganze Menge nachgeholt von dem, wofür ich 20 Jahre oder 30 Jahre oder mehr gebraucht habe, sodass ich denke, dass wir wirklich jetzt eine Beschleunigung auch dieser Entwicklung haben und einige sind schon viel länger dabei und haben uns schon vor tausenden Jahren versuchten wollen, ja, diesen inneren Weg zu gehen und es wurde dann vielleicht verfälscht und manipuliert, sodass dann auch Irreführungen wurden, dass man abgelenkt wurde auf der Suche nach Gott zu irgendwelchen Religionen oder Glaubenssystemen und zu sich selber zu finden, hat wahrscheinlich auch Jesus gelehrt und gewollt und oder wie auch immer, ich habe jetzt da nicht so die direkte Begegnung, zumindest nicht auf körperlicher Ebene so bewusst, aber ich glaube, dass es natürlich sehr viele gibt, die das auch schon vor mir und dir gemacht haben und dass es aber immer mehr werden und dass dadurch wirklich auch eine große Veränderung der Menschheit stattfinden kann und ich sehe da wirklich was Positives, obwohl es nicht heißt, es wird jetzt alles sofort gut. Die Leute wollen ja auch immer wissen, was denkst du? Ich weiß ja, mit Peter Denk machst du ja viel. Das ist ja immer so eigentlich der Wunsch auch der Zuschauer, also ihr habt ja viel Erfolg damit, weil die Zuschauer auch gerne wissen wollen, was kommt denn jetzt als nächstes? Und da bin ich immer so, dass ich sage, ich weiß es nicht konkret. Ich glaube, dass wir generell tatsächlich das Licht gewonnen hat auf einer Ebene, aber die Dunklen geben nicht auf. Also es kann durchaus sein, dass sie noch irgendwas auch mega heftiges machen oder versuchen werden, um die Menschheit wirklich auch wieder zu traumatisieren, um die wieder so in die Angst zu bringen, dass sie dann auch wieder zustimmen oder dass sie zustimmen würden, wenn jetzt eine Weltregierung käme von denen. und die werden es versuchen, ich weiß eben nicht konkret, was wird als nächstes kommen, wir müssen mit allem rechnen, aber wenn ich bei mir bleibe und sage, okay, ich beobachte das, was mir Angst macht, das gucke ich mir an, was wäre denn das Schlimmste, was geschehen kann, auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes komme ins Gefängnis oder keine Ahnung, dann ist ja auch die Frage, wie ist das jetzt für meine Seele, hat es jetzt eine Bedeutung, kann ich da als Seele mich trotzdem weiterentwickeln, natürlich könnte ich das, also ich wünsche mir das jetzt nicht, aber dass ich mir das immer wieder klar mache, was wäre jetzt das Schlimmste, was geschehen könnte und hat es, ich glaube schon, dass die Dinge auf der individuellen Ebene durchaus auch etwas damit zu tun haben, was ich ja, wo ich bewusstseinsmäßig stehe und dass ich möglicherweise sehr viel mehr Unruhe in meinem Leben erleben werde, wenn ich in mir die Unruhe habe und immer so, ah, wie muss ich da und wie muss ich da und da, boah, da gibt es ja ganz viele Menschen, die so viel innere Unruhe haben, dass sie das auch immer wieder manifestieren oder den Mangel, Mangeldenken manifestieren und ich glaube, je bewusster man sich über diese Zusammenhänge wird, desto mehr kann man auch akzeptieren, dass ich ein Leben habe, wo ich einfach auch loslasse und sage, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich lasse los und ich habe ja bei mir eine Situation mit der Wohnung, wo ich raus soll und da weiß ich noch nicht, das geht vor Gericht, wie wird das Gericht entscheiden und dann kommen natürlich auch diese ganzen Ängste, wirklich ganz üble Ängste, also ich kenne die sehr gut, aber für mich ist eigentlich das Einzige, was ich da machen kann, ich kann natürlich mich im Äußeren jetzt mit Anwälten und mit Argumenten da vor Gericht dann irgendwie durchsetzen, aber letztlich oder versuchen und hoffen, dass es gut ausgeht, letztlich habe ich da keine Sicherheit, aber wenn ich loslasse und sage, es wird irgendeinen Grund geben, warum das in meinem Leben jetzt so passiert, vielleicht soll ich, es kommt was Besseres, vielleicht ist es wirklich ein Arschtritt, den ich mir selber gebe oder auf irgendeiner Ebene, weil ich wirklich eine Veränderung haben soll oder vielleicht soll es sein, dass ich auch da drin wachse und dann für mich jetzt da einstehen muss vor Gericht und sagen muss, pass mal auf, ich sehe das ganz klar so, der hat das und das gesagt, also ich weiß, dass der ganz was anderes will, als er jetzt hier vorgibt, ich will das in meinem Fall gar nicht ausweiten, aber dass ich natürlich gucke, was bedeutet das, dass mir sowas begegnet und dass ich dann sage, letztlich kann ich es nicht entscheiden, aber wenn ich loslasse und davon ausgehe, dass auf irgendeiner Ebene ein etwas Sinnvolles dabei gedacht ist oder wie auch immer und wie auch immer das jetzt entstanden ist, dass es irgendetwas ist, wo ich wachsen kann oder auch brechen kann, wie viele Menschen geben dann auf und fangen an zu saufen oder nehmen sich das Leben oder was auch immer, das habe ich nicht vor und ich wachse eigentlich in dieser Situation, ich merke, dass ich stärker bin und besser aufgestellt und wirklich jetzt dahin stehen kann, vor Gericht oder vor wem auch immer und sagen kann, pass mal auf, was ist dein Problem, lass uns reden, ich habe da eine ganz klare Position, kann das anders sehen, aber wenn wir reden, ist es ja gut, wenn nicht, muss ich halt mich eben für mich einsetzen und nicht für deine Interessen. Ja, ja, schön, dass du uns das geteilt hast, dass es so viele verschiedene Wege gibt, auch immer wieder nach innen zu gehen, immer wieder sich mit sich selbst zu verbinden und auch ja, eine höhere Perspektive einzunehmen und dass letztendlich auch alles, was passiert, einfach, ja, das ist, was sich unsere Seele ausgesucht hat, um eben bestimmte Erfahrungen zu machen, die auf unserem Seelenplan liegen Ja, vielen Dank für deine Zeit, lieber Jo. Ich danke dir. Für das sehr, sehr persönliche Gespräch. Dann machen wir gerne mal wieder, ne? Ja. Sehr gerne. Danke. Ja, ihr Lieben, danke für eure Unterstützung, teilt diesen Beitrag gerne auf allen Kanälen, wenn er euch gefallen hat und schaut euch gerne auch die Links und Infos unter diesem Beitrag an und ja, jetzt einfach noch ganz liebe Grüße nach Wobbswede und nach Deutschland und bis ganz bald. Danke, Jo. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020